Ich arbeite nebenbei, ich studiere nebenbei, ich habe noch andere Sachen zu erledigen. Da vorne ist schon Cabanino. Ich sehe es zwar nicht, aber hinter dem Wald müsste Cabanino sein, da sieht man einzelne Häuser. Aber ich wollte eigentlich da hin, da ist die Stadt, wo ich hin wollte. Irgendwie bin ich irgendwo falsch abgebogen. Ich habe die Wolken auf Flow gestellt. Das sieht nicht besonders gut aus, aber ich finde es trotzdem besser als gar keine Wolken, weil sonst ist da komplett nur eintönige Fimmel, das ist blöd. Und wenn man Wolken zu high stellt, dann ist das auch wieder umblöd. So. Ich finde dieses Hemd geil, was ich da anhabe, was steht denn da drauf? Polizia, da steht Polizei drauf. Also bin ich jetzt ein guter Bulle? Ich behaupte mal ja. Ich behaupte mal ja. Dark Souls 2. Ich freue mich schon extrem da drauf. Ich freue mich übertrieben extrem da drauf. Ich werde da wieder so rage'n. Noch täusche ich mich und dann werde ich das Spiel hassen. Wo ich gehört habe, dass der Multiplayer-Modus genauso scheiße ist wie ein Eins. Das enttäuscht mich am allermeisten. Aber ich bin, ich lasse mich da überraschen. Aber ein Thema, was ich noch ansprechen kann. Ich habe einige Flames gegen Parry gelesen, dass er nicht so gut spielt. Oder eher, ja, doch, sag mal, dass er nicht so gut spielt. Was ich aber eigentlich gar nicht so sagen kann. Ich finde, er spielt schon gut. Ihr müsst halt bedenken, wenn wir aufnehmen, das ist ja das, was ich damals auch gemacht habe, wenn wir aufnehmen, dann setzen wir uns das Ziel, dass derjenige, der aufnimmt, als allerletztes stirbt. Also, falls überhaupt nicht. Natürlich ist das Ziel nicht zu sterben, aber sollte was passieren, dann ist derjenige, der als allerletztes in einem Kampf verwickelt werden darf. Einfach wegen dem Grund... Ach komm, wir gehen gleich aufs Airfield Scheiß drauf. Als ob da jemand ist. Wenn, dann kämpft er eh im Busch. Ich habe eh im Busch oder in irgendeiner Wand kämpft nie. Aber wir haben das halt so besprochen, dass der Parry versucht, mich immer zu beschützen. Das heißt, es ist besser, dass lieber, dass er stirbt, dass ich weiter eine Aufnahme für euch machen kann, als dass ich als erstes sterbe und er dann überlebt. Weil das bringt ja dann keinem was, so in dem Sinn, ne? Deswegen, also, wenn bei uns in Aufnahmen, weiß ich mal, blöde Sachen passieren, dann ist das schon so abgesprochen. Da dürft ihr dann auch nicht sagen, oh, der ist low skilled, der... Dann, weiß ich nicht. Wir haben auch nicht das Interesse eigentlich, wenn wir in so einem Kampf verwickelt sind, einfach da 10 Stunden lang in einem Baum zu hocken und dann zu snipern oder so. Das überlasse ich anderen YouTubern. Wir sind da lieber so die Leute, die wollen da dann rein und taktisch einfach schnell, also A, taktisch und B, schnell, äh, die Sache, die Sachen klären, so zu... was ist die Sachen, ne? Dieses Kampfgeschehen klären. Weil das ist ja das, wofür ich so bekannt bin, so schnell zuschlagen und, äh, den Gegner gar keinen, gar keine Zeit zum Überlegen lassen. Das ist unser Ziel. Wenn das klappt, dann freuen wir uns immer. Wir sind jetzt immer am Airfield angekommen. Schon wieder eine halbe Stunde hier unterwegs. Und jetzt bin ich gespannt. Wir brauchen ein Standardmagazin. Dann haben wir schon mal... eine Schusswaffe, die wir benutzen können. Ui, 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 ui. Boah, ich bin extrem, wie du. Ich weiß gar nicht, ob ich das aushalte. Ihr wisst gar nicht. Ihr sagt ja immer, wieso streamst du nur vier Stunden, du hast jetzt so 800 Zuschauer oder so am Ende, oder 900, oder einer hat mir gesagt, hat 1000 Zuschauer. Ist ja ein bisschen dumm, wenn du aufhörst jetzt, ne? Aber ihr müsst mal meine... das aus meiner Position sehen. Ich arbeite nebenbei. Ich studiere nebenbei. Ich habe noch andere Sachen zu erledigen. Ich muss noch lernen. Also neben dem Studium lerne ich natürlich noch. Und dann noch aufnehmen für YouTube, weil ich will ja YouTube auch nicht vernachlässigen, weil YouTube haben wir wie viele? Inzwischen fast 8000 Abonnenten. Und den Stream gucken halt ungefähr 1000, ja? Dann sind das immer noch 7000, falls wirklich das alles YouTuber Zuschauer sind, sind da immer noch 7000, die fehlen. Und wir wollen ja denen auch nicht... Also wir müssen ja alles so bei Laune halten, ja? Also wir müssen auch nebenbei aufnehmen. Dann kommt noch dazu, dass ich das ja... Ich mache das ja hobbymäßig. Ist für mich alles nur Spaß, so mein Hobby. Und da kann ich nicht einfach mitten in der Woche 24 Stunden Livestream machen. Oder einfach mal so 8 Stunden jeden Tag streamen. Das ist für mich auch irgendwann zu viel, ja? Das kann ich mal am Wochenende oder so machen, aber das kann ich nicht in der Woche machen. Das könnt ihr nicht von mir erwarten. Ihr müsst ja bedenken, ich bin ein ganz normaler Mensch. Und ja. Also ich finde 4 Stunden... Ich meine, wer macht das schon überhaupt? 7 Tage streamen, jeden Tag 4 Stunden. Sind ja auch 4 Stunden, vor allem ihr habt Ferien. Ich hätte das ja am liebsten noch ein bisschen später gemacht, wenn ich mehr Zeit hätte, weil zur Zeit habe ich viel zu tun. Aber ich habe gesagt, ey, scheiß drauf. Die Leute haben zur Zeit Ferien. Ist ja Osterferien. Nicht alle, aber die meisten. Und deswegen... Tu es ihnen den gefallenen Streams noch ein bisschen. Und die meisten akzeptieren das ja auch so. Die sind dankbar, aber es gibt halt immer die einen oder anderen, die sagen, ey, Sposti, mach mal hier 24 Stunden streamen jetzt. Ich habe Bock. So Leute, die einfach... Weiß nicht. Da finde ich, da muss man auch ein bisschen kompetent sein und mal auch an mich denken, ne? Geil, eine größere Tasche. Oder Hose. Na, komm schon, jawohl. Antibiotik auch mitgenommen. Hier war anscheinend noch keiner, ne? Wenn das zu ist, bedeutet das meistens, da war keiner. Oh, geil. Jetzt equipment man uns richtig hart. Was ich gern wissen würde, ist, wenn ich so eine Schutzweste anziehe, halte ich dann auch echt mehr aus. Oh, da ist ein ganz geiles Visier. Long range scope. Geil. Das ist super, super, super geil. Was haben wir da unten? Ist das eine Tasche? Jetzt ein Helm, das ist ein Helm. Okay, lassen wir liegen. Da war was. Hose hat was gesehen. Hoppala. Ja, der Spieler hat sich minimiert. Hallo? Ja. Jetzt geht's wieder. Da war wieder irgendwas für den Kopf. Und da haben wir endlich eine Tasche. Oh mein Gott, ich hab drauf gewartet. Nicht die Getarnteste, also ist schon auffällig die Tasche, aber besser eine Tasche als keine Tasche, ne? Hier trinken wir jetzt mal eben diese 100 Sachen. Das find ich auch blöd. Und dass man hier einfach... Oh Gott, oh Gott. Dass man hier einfach einmal trinken kann und dann für immer getrunken hat. Okay, den Zombie haben wir jetzt ohne in den Kopf zu schlagen getötet. Das bedeutet also, man muss nicht immer in den Kopf treffen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. War ja, das war bei War Z war das so. Da konntest du Zombies nur töten, wenn du die in den Kopf getroffen hast. Auf die Beine oder so konntest du Milliarden mal zuschlagen. Das sieht auch so aus, als ob hier noch keiner war. Weil ich hab gehört, dass die Sachen spawnen jetzt auch... Moment. Das ist eine Bandage, ich nehm mal mit. Ich hab nämlich gehört, ähm... Hat der jetzt unten hingepackt? Ich hab... Oh, jetzt guck mal, ich hoffe, hier ist keiner in der Wand. Das ist ein Quas, das brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Was ist denn, Kid? Können wir mitnehmen? Können wir damit ein bisschen die Kleidung gut machen? Zack. Jawoll. Machen wir so. Machen wir so auch. Perfekt. Was ist denn das? 275er Rounds. Ich glaube, da hat wieder jemand durch die Wand glitschen gesehen. Okay, Munition nehmen wir alle mit. Weil mit der Munition... Ich weiß, dass ihr mir auch hundertmal gesagt habt. Oh, da trinkt einer wieder. Rifle-Magazine. Aber ich glaube nicht für unsere, oder? Doch. Sogar für unsere, oder? Einen Schuss haben wir geladen, sozusagen. Ist nicht viel. Kann aber unser Leben retten. Wenn's ein Kopfschuss ist. Oder die den gleich ohnächtig schießt. Oh, da haben wir endlich ein Magazin gefunden. Da haben wir endlich ein Magazin gefunden. Jetzt können wir auch hier so einen Flöschenöffner nehmen. Das ist, äh... Das ist, äh... Ein bisschen kaputt, aber... Also, badly damaged oder damaged? Das hab ich jetzt nicht genau gelesen. Aber... Geht auf jeden Fall noch klar. So, hier. Eine getarnte Hose, ja. Dann sagen wir mal, mach mal so, mach mal so. Mach mal so. Pack mal da alles raus. Dann ziehen wir die da mal an, oder? Nee. Nee, nee, nee. Mach mal nicht. Was ich gern wissen würde... Nee, das kann man nur auf die Mosin oder so benutzen. Was zu essen nehmen wir auch mit. Oh, hier noch was. Ich loote jetzt so ab und zu. Keine Aufnahme schon. Wir haben 20 Schuss mit dem Standard. Und wir können natürlich nachladen. Wäre trotzdem gut, wenn wir ein bisschen Schuss mehr hätten. Weil wir haben zum ersten Mal wirklich eine Bewaffnung auf dem Erfee. Ich werde trotzdem Risky spielen. Ja, ich hab gesagt, ich spiele nicht Risky, aber... Sind wir ehrlich. Wer außer mir lootet schon das Erfeele? Oder läuft übers Erfeele? Lagen sich doch eh alle bestimmt aus. Und hier sind Standardgebäumen. Ich guck grad, ob ich hier jemanden sehe, aber... Ist hier nirgendswein rumlaufen. Deswegen kann ich, glaub ich... Ähm... Behaupten, dass hier nirgendsweiner ist. Das... Das find ich ein bisschen schade. Jo, Leute. Danke, dass ihr erstmal zu Ende geschaut habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns einen Kommentar da. Oder eine positive Bewertung. Außerdem habt ihr jetzt hier oben die Möglichkeit, auf ein DayZine Mod Video zu gelangen. Und unten die letzte Folge von der letzten Standalone. Haut raus! Bis zur nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Vielen Dank.